Willkommen auf der Satox. Ja, sieben Jahre existiert jetzt schon der Kanal. Vorher noch unser Unboxing-Satox, jetzt nur der Satox. Und um das Ganze noch ein bisschen mehr zu selebrieren, habe ich ein Gewinnspiel für euch. Und zwar habe ich von Peppermint Anime einmal Darwin's Game Vol. 1 bekommen. Das könnt ihr gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Diesmal wird es rein auf YouTube stattfinden, das Gewinnspiel. Also, ihr schreibt mir in die Kommentare. Oder fangen wir anders an. In der Serie geht es ja um ein Mobile Game, wo die Teilnehmer eine gewisse Kraft verdienen bekommen. Meine Frage jetzt an euch. Wenn ihr an dem Darwin's Game teilnehmen wollen könntet, müsstet, wahrscheinlich ja müsstet, welche Kraft würdet ihr euch wünschen? Das schreibt mir in die Kommentare. Und unter allen Teilnehmern verlose ich dieses Vol. 1. Mehr nicht? Dann viel Spaß bei der Teilnahme. Viel Spaß beim Fähigkeiten ausdenken. Und gehen wird das Gewinnspiel bis zum 7. März um 16 Uhr. Danach ist Cut. Und keine neuen Teilnahmen mehr. Auslosen werde ich das Ganze dann die Woche darauf. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Und dann bis demnächst. Ciao. Ciao.